hallo leute heute sind ja wieder schöne sachen gefragt aus drei metern höhe aus pferd springen free room mission abschließen und exotisches vogelfleisch sollen wir herstellen klettwurzeln wenn ich daran denke hänge ich hinten video dran von klettwurzeln haben wir ja schon gehabt und spieler in showdowns mal wieder ja also ab in die showdowns aber das hier ich hatte es kurz gestern mal angepinnt an dem video gestern bartstoppeln ist seit einer woche angeblich gepatcht ich dachte es probiert mal jemand aus aber hat es nicht deswegen ist er heute nacht noch zu den bartstoppeln hin und hat versucht die zu nehmen geht nicht er kann seinen bart nicht auf bartstoppeln um modeln hat nicht funktioniert kommen wir zu den heutigen missionen und zwar aus drei metern höhe auf das pferd springen das tut mir beim lesen schon weh also echt das ist ja schon das grenzt an körperverletzung wirklich rockstar was habt euch dabei gedacht wenn die männlichen charaktere da breitbeinig aufs pferd drauf springen aus drei metern höhe dass die können unfruchtbar werden oder sonst irgendwas kann dem passieren mensch das tut beim lesen schon weh also macht es so wie sie jetzt war er hatte sich geweigert das zu machen er macht das auch nicht springt so aufs pferd dass er da so halbwegs nicht breitbeinig landet und dann habt ihr auch das schon erledigt aber bitte nicht breitbeinig auf dem pferd landen das tut beim zusehen weh und nach echt und wenn ihr hier an dieser location das macht nehmt den schmuck aus dem haus mit leute unten ist zweimal schmuck drin im haus macht das exotisches vogelfleisch kommen wir jetzt dazu wir brauchen unbedingt wenn es geht pelikane eigentlich nur einen aber diese location bietet immer zwei und zum kochen benötigen wir dann noch entweder ackerminze oder thymian oregano wie ihr es möchtet da sind die geschmäcker also verschieden überlasse ich euch aber als erstes brauchen wir mal pelikan und wer unter meinen videos sucht der findet viele pelikan videos verschiedenen location wir hatten schon öfters pelikan und bei diesem kanal kann man natürlich auf einen reichen video fundus zurückgreifen wo schon sehr viele location vorhanden sind mit tieren mit pflanzen mit pilzen und was sonst noch alles so schon angefallen ist in den täglichen herausforderungen ich mache mir aber trotzdem immer noch die mühe und zeige euch das täglich wenn es geht wenn ich dazu komme und hier haben wir mal das inventar exotisches vogelfleisch das waren jetzt die zwei pelikane so dann müssen wir nur noch zum lagerfeuer entweder ins lager oder wenn ihr das in sank dennis das ist hier die location diese halbinsel und wie gesagt ihr findet bei mir noch viele viele andere location von pelikan pelikan insel zum beispiel einfach mal pelikan insel eingeben und dann haut euch youtube eins meiner videos um die ohren aber jetzt ans lagerfeuer thymian ist immer das beste also ist meine mein lieblings gewürze sozusagen und schon haben wir die 0,2 und die 200 xp eingesackt alles kein thema und wenn ich daran denke hänge ich jetzt noch hinten ein paar videos dran die müssten jetzt irgendwann auftauchen wenn ich es nicht vergesse aber ich habe heute viel zu tun es ist großkampftag mittwoch nach dem update also ciao